Willkommen zur letzten Moorev-Folge im Jahr 2016. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir aber zu den Feierlichkeiten kommen, haben wir noch ein paar Reviews für euch. Und zum Abschluss haben wir was Schönes für euch, und zwar die Playstation VR. Deshalb ab zu den Reviews. Eigentlich wollten wir euch die PS VR in der letzten Folge präsentieren, doch die Nachfrage ist so groß, dass die Brille sehr schnell im Handel vergriffen war. Leider kam auch unsere Brille wegen Lieferschwierigkeiten erst nach Redaktionsschluss der letzten Folge an, womit wir gezwungen waren, die VR-Titel zur nächsten Folge zu testen. Und ja, jetzt hatten wir auch die Möglichkeit und beginnen wollen wir auch mit dem ersten Spiel. Dafür ziehe ich aber vorab schon mal die Brille an, bevor ich die denn gleich hier schon anziehen soll. Also schon mal so. Das Spiel wurde vom deutschen Entwickler Crytek entwickelt. In der Science-Fiction-Szenario strandet der Protagonist auf einem fremden Planeten voller Dinosaurier. Es gilt, Puzzle zu lösen und schließlich die Geheimnisse der Welt zu lüften. Wie gut Dinosaurier und VR sich vertragen, das können wir nur mit einem Blick ins Spiel sehen. So, einmal kurz ausrichten. Kopfhörer, wo sind die Kopfhörer? Da sind die Kopfhörer. So, ich hoffe mal, die Kopfhörer werden jetzt nicht ans Mikro klatschen. So, Kakao ist denn jetzt da? Da ist er. So, ja, beginnen wollen wir dann auch mit einem neuen Spiel. Ja gut, jetzt müsste das ein bisschen laden noch. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir sind hier der kleine zwölfjährige Robbins. Auf einem unbekannten und gefährlichen Planeten. Hier dürfen wir auch unser kleines Haustier beobachten, wie es schlüpft. Zusätzlich sehen wir hier noch unseren kleinen fliegenden Roboter, der uns im Spiel begleitet und uns hilft, Dinge erklärt und auf uns aufpasst. Ab und zu wird er aber auch nervig. Zu fürsorglich. Da fühlt man sich, als wäre man bei einer überfürsorglichen Mutter, wo das Kind ja nicht rausgehen soll. Es könnte ja da draußen was passieren. Auch wenn es in der Base sicherer wäre, müssen wir ja raus. Durch das Dickicht und die Welt erkunden. Die Grafik von Robertson The Journey ist auf den ersten Blick nice. Aber nicht wirklich gut. Alles wirkt noch nicht so stimmig an und ist leicht verschwommen. Da fehlt einfach die Schärfe im Spiel. Doch da kann man selbst was ändern und zwar mit der PS4 Pro. Ist das Bild deutlich kackiger und schärfer. Was aber wirklich schön anzusehen ist, sind die zahlreichen Dinosaurier. Vor allem, wenn man in die Ferne schaut, wirkt die Welt sehr imposant und furchteinflößend. Es wäre allerdings super gewesen, wenn man auch die nahe Umgebung so detailgetreu und echt entwickelt hätte. Das hätte dem Spiel grafisch einen deutlich besseren Touch gegeben. Guten Morgen, Robin. Gut, dass du wach bist. Ohne dich ist das ziemlich langweilig. Du weißt doch, wie ich bin. Doch viel wichtiger ist bei VR das Gameplay und wie die Brille einbezogen wird. Wir bewegen uns recht schwerfällig und intuitiv durch das Spiel. Die Brille wird dafür genutzt, um anzuvisieren und die Richtung zu bestimmen. Das Spiel wird mit dem normalen DualShock Controller gespielt. Und unserer Meinung nach ein Fehler. Da wir an vielen Stellen, vor allem an den Kletterpassagen, zwei Hände sehen. Hier wären die Motion Controller die bessere Wahl und würde das Spiel noch authentischer machen. Ein kleiner Nachteil, vieles wird mit den Tasten L2 und R2 gespielt. Zum Beispiel das Klettern. Wie oft sind wir im Test gestorben, weil wir einfach eine Stelle nicht fassen konnten und in die Schlucht fielen. Das wäre es dann auch. Kommen wir zur Wertung. Ja, kommen wir auf die Pro-Seite. Spannende und festende Inhalte. Die atemberaubende Welt. Gute umgesetzte Atmosphäre. Teils halt eben durch bedrohliche Dinos. Natürlich die Dinos, auch einen Punkt auf der Pro-Seite. Professionelle Vertonung auf Deutsch und Englisch. Zweiputzige Begleiter. Einmal der kleine T-Rex und dann einmal die Kugel der Droide. Auf der Kontra-Seite die grafische Unschärfen, die es aber bei der PS4 Pro wiederum nicht gibt. Steuerung nur durchschnittlich. Ab und zu etwas Buggy. Spielführung unübersichtlich. Mangel an Hinweisen, zum Beispiel auch wichtige Mechaniken. Und Schwerkraft Puzzles manchmal fummelig. Das Spiel bekommt von uns eine Werte von 7,8. Mein Schlusswort zum Spiel. Crytek hat hier ein echt gutes Spiel auf die Beine gestellt, das einen von der ersten Minute anfesseln kann. Doch leider muss man grafisch einige Abstriche machen. Auch verwirren die Rätsel, die den Spaß mindern. Das Spiel zeigt aber das Potenzial von VR, vor allem auf der Pro. Ja, weg von einer Welt voller Dinosaurier in eine Welt ohne Dinosaurier und Menschen. Ubisoft hat ein sehr interessantes Spiel extra für die Virtual Reality entwickelt, Eagle Fly. Ein Spiel, wo wir in die Rolle eines Adlers schlüpfen und dies kann man sogar wörtlich nehmen. Da wir zum Beginn des Spiels aus dem Ei schlüpfen und daraufhin die Welt erkunden dürfen. Doch bevor ich hier zu viel erzähle, lassen wir uns doch einfach mal die Bilder sprechen. Ja. 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 Das Spielkonzept ist sehr schnell erzählt. Wir fliegen in Paris umher, in einer Welt, wo die Natur die Stadt zurückerobert hat. An jeder Ecke treffen wir auf tierische Lebewesen und wir beherrschen die Lüfte. Gesteuert wird Eagle Fly überwiegend mit dem Kopf. Durch Neigung unseres Kopfes fliegen wir rechts, links, hoch oder runter. Einzig wird das Gamepad nur für das Erhöhen der Geschwindigkeit bzw. für das Abbremsen genutzt oder für unseren tödlichen Schrei. Doch das Spiel lebt nicht nur davon, dass wir hier rumfliegen. So genial wie auch die Grafik des Spiels in diesem gezeichneten Stil aussieht. Wir haben einen Singleplayer, wo wir von Mission zu Mission die Welt erobern und Stadtteile nacheinander freischalten. Mal müssen wir eine Strecke so schnell wie möglich fliegen oder wir müssen gegen andere Vögel kämpfen. Auch wenn man Eagle Fly zuhause hat, kann man sich in diesem gezeichneten Stil aussieht. Auch wenn man Eagle Fly zuhause hat, kann man sich in diesem gezeichneten Stil aussieht. Wenn man zuhause nur alleine spielen kann, besteht die Möglichkeit mit Freunden und anderen Spielern online im Multiplayer. Und da ist viel Spaß garantiert, da der Online-Wettstreit sehr gelungen ist. Der einzige Haken, aktuell sind so wenige Spieler unterwegs, dass man schon Probleme hat, Partien zu veranstalten. Und da hat vor allem das Matchmaking seine Probleme. Somit ist kein Wunder, dass Anfänger gegen Experten spielen. Hat man mal ein Team zusammen, fehlt dann die Absprache, denn das Teamspiel ermöglicht dies nicht durch fehlende Sprachchat. Ausatmen haben ist ein Das diese Herausforderungen, der ihre Proch absolviert werden. Anfänger, die hat einfach nicht verletz' den Ausatmenıyten. 1, 2, 3, 4 Mit der schönen Aussicht wollen wir auch zu unserer Wertung kommen So, kommen wir auf die Pro-Seite Steuerung durch Neigung des Kopfes Grafisch einfaches, aber idyllisches Paris Motivierende Ranglisten für alle Herausforderungen Anspruchsvolle Herausforderungen für Solisten Ach ja, spannende Mehrspielerjagd nach Beutai vergessen Und gelungenes Fluggefühl Auf der Kontra-Seite haben wir keinen Sprachchat Manchmal fehlende Übersicht, weil halt eben Kopfbewegung gleich Flugrichtung ist Da man sich nicht frei umschauen kann Modis inhaltlich ausbaufähig und eine geringe Spieltiefe Das Spiel bekommt von uns eine Wertung von 7,8 Mein Schlusswort zum Spiel Ein VR-Spiel, das ich vom Konzept her bewundere Auch die Grafik hat seinen Reiz Doch mir fehlt leider noch die Würze im Spiel Fühlt sich eher an wie eine VR-Demo Ich wünsche aber Eaglefly noch mehr Spieler Somit würde es online mehr Spaß machen Der dritte VR-Titel in Reviews ist das Weltraum-Actionspiel Eve Valkyrie Des isländischen Entwicklers CCP Games Der Release auf der PSVR war zum Start der VR Auf der PS4 Doch davor kam Eve Valkyrie schon im Juli für die Oculus Rift raus Natürlich fragt man sich jetzt Hat man denselben Spielspaß der PC-Version Auch auf dem PS4 Oder hat sich da was geändert? Diese Frage können wir nur beantworten Wenn wir selbst in den Weltraum joinen So, also nochmal die Brille aufsetzen Das Spiel ist schon geladen Danke an die Regie hier So Ja Gehen wir doch einfach mal In eine Schlacht hinein Im Wesentlichen gilt für Eve Valkyrie auf Playstation VR Dasselbe wie auch auf der Oculus Rift Auch kein Wunder Da Valkyrie ein Crossplay-Game ist Heißt PC-Spieler dürfen auch gegen PS4-Spieler kämpfen Das hat seine Vorteile Da die Oculus in der Anschaffung recht kostenintensiv ist Und nicht viele sich eine Oculus leisten können Häufig auch wegen der benötigen PC-Hardware Somit haben die PC-Spieler viel mehr Mitspieler Doch leider vermisst man eine Besonderheit Trotz Crossplay keine gemeinsamen Freundeslisten Das bringt auch das Problem mit sich Dass man keine ordentlichen Clans bilden kann Ein weiterer Haken Die Absprache fehlt Weil es wie schon vorhin bei Eagle Flight Kein systemübergreifendes Chat gibt Selbst auf der eigenen Plattform Und innerhalb eines Teams Der einzige Trost wäre da Dann nur der Teamspeak Beziehungsweise auf der PS4 die Party Scheiße was ist denn los gewesen Ja ich bin schon tot Ich bin schon tot Ich bin schon tot Was ist los? Warum so schnell down? Aber genug gemeckert. EVE Valkyrie ist ein gutes Spiel, doch es fehlen noch Inhalte, die es zu einem sehr guten Spiel machen würden. Aber das Fundament ist da und das Potential des Entwicklers CCP kann man an der aktuellen Version sehen. So gibt es zwei neue Missionen für Solisten. In einem neuen Übungsareal kann man Flugmanöver zudem frei trainieren, ohne dass feindliche Flieger das Feuer erwidern. Es gibt tägliche Herausforderungen mit Belohnungen, darunter Erfahrungspunkte sowie Währung zum Kauf von Lackierungen oder Boostern. Doch an einem Punkt hört der Spaß dann wirklich auf. Dass man nach Erhalt von Lackierung bzw. Belohnung aufdringliche Angebote bekommt, um Echtgeld auszugeben. Eine Frechheit. Bei einem Pocket expert. Erhalt von Lackierungen Das ist auch nicht möglich. Eine richtige gute Dreingabe ist dagegen der Kooperativmodus, in dem fehlende Piloten im eigenen Team durch das Spiel gesteuerte Flieger ersetzen werden. Das Besondere ist allerdings die Tatsache, dass das komplette feindliche Team ausschließlich aus KI-Gegnern besteht. Somit kann man ohne Druck und ohne gewiefte Gegner die gleichen Belohnungen erhalten. Ein gelungener Modus für unerfahrene Klone. Kommen wir dann auch wie gewohnt zu unserer Wertung. Zur letzten Wertung in diesem Jahr. Auf der Pro-Seite haben wir einmal das Crossplay. Umsehen als aktives Element der Steuerung, zahlreiche Schiffe mit verschiedenen Fähigkeiten, vereinnahmendes Mittendrin-Gefühl, spannende Gefechte, kooperativer Modus. Auf der Contra-Seite kein Sprachchat, keine Kontaktmöglichkeiten mit PC-Spielern durch Freundesliste oder Chat, keine Clans, kein Joystick-Unterstützung, sehr lange Freischalten aller Schiffe, freigespielte Lackierungen werden aufdringlich mit Echtgeld präsentiert. Das Spiel bekommt von uns eine Wertung von 8,2. Mein Schlusswort zum Spiel. Meiner Meinung nach eines der besten Starttitel der PSVR. Grafisch und Soundtechnisch können hier PS4 und PC-Spieler sich zusammen duellieren. Wer eine Brille hat, bei dem führt kein Weg an diesem Titel vorbei. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie On Tours. Wir waren wieder on Tour und zwar in Duisburg im Landschaftspark Nord. Einige werden sich wohl fragen, was wir da gesucht haben. Gesucht haben nicht wir, sondern die ESL, den deutschen Wintermeister in FIFA 17, Leech of Legend und CSGO. Da die Laps genannten Titel normalerweise die meiste Aufmerksamkeit erhalten, haben wir uns mehr auf FIFA 17 konzentriert. Ich möchte euch auch nicht weiter auf die Folter spannen, also Mats ab. Alter, alles ist so wixselig. Dreh die Auflösung auf, denn ich sammle Kaffee nicht. Ey, wer zum Epileptiker, wenn meine kleine Tochter schreit? Und renne weg wie vor Zombies in Dying Light. Meine beste Freundin, ja, die heißt Origin. Und jeder Gamer, den ich kenne, war bei ihr schon drin. Find ich gar nicht schlimm, so muss es doch sein. Zusammen erleben wir mehr Spaß und Gamerte, 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 Nein, Nein. Und wir lassen das WWW am Körper tätowieren. Und auf YouTube kann man dann sehen, wie dich Klicks ruinieren. Nein, ich halte nicht bei Roter, nein, nein. Mann, genau wie Helmut Müller, muss die Freiheit doch grenzenlos sein. Und mein Alltag, der heißt, zocken, Camper rushen. Scheiß mal auf saubere Socken oder auf Hände waschen. Und ich geh doch nicht mit Müll raus, nein. Sondern cheap ist easy per Klick im Papier, girl. Wir sind Gamer, im Real Life verpeilt, aber auf dem Server fit. Gott sei Dank sind wir Gamer, wir brauchen keine Faustregeln, alles mit einem Klick. Wir sehen die Zeit an uns vorbeiziehen, doch die Server sind leider noch online. Die Leute sagen, bitte verratet eure Tricks. Ganz einfach, scheiß auf alles, was du ansachst. Ich hab meinen Hosenstall auf, auf meiner Wohnzimmercouch. Mit dem Kontroller am TV, mir geht das Tropenholz aus. Ich baue Häuser in Minecraft, riesige Welten. Meine künstlerische Ader kommt, ich blöcke zur Geltung, Herr Lehrer. Ich baue das, was mir in den Kopf kommt. Wie Kugel in Battlefield. Ja, hallo, wir sind hier in Duisburg auf der ESL Wintermeisterschaft 2016. Ich hab jetzt den Marvin, der gerade das Finale leider verloren hat gegen Mo Bameyang in FIFA 17. Und ja, schildere uns doch mal das Spiel, wie es für dich war. Ja, auf jeden Fall die ersten zwei Spiele hab ich absolut gepennt. Ich kam absolut nicht rein. Er hat sehr, sehr, sehr stark gespielt. Muss man ihm halt lassen. Er hatte gefühlt in der Offensive immer zwei, dreimal mehr als überhaupt in meiner Verteidigung waren. Und ja, die ersten zwei Spiele haben es halt schon entschieden, wenn er so viele Tore schießt und dann auch gewinnt, dann ist es sehr, sehr, sehr schwer, noch zurückzukommen. Ja, ganz am Anfang sah es ja eigentlich noch gut aus für dich. Du hast ja geführt im ersten Spiel. Dann kamst du am Ende wieder heran. Doch er war doch so sehr dominierend, oder? Klar, auf jeden Fall. Also er hat es auf jeden Fall verdient gewonnen. Und ja, ich weiß auch nicht, wo er ganz lag. Erstens 20 Minuten dachte ich mir so, okay, es läuft. 1-2 Führung gegangen und auch die Defensive. Aber dann gab es irgendwie so den Knackpunkt. Und dann lief es halt für ihn auch überragend. Alles hat, glaube ich, gepasst bei ihm und bei mir halt dann eher weniger. Ja, das Halbfinale, da war eher ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Welcher von den beiden war, so gesagt, der härtere Gegner? Bestimmt Mobile Young, oder? Ja, klar. Also wenn man dann so deutlich verliert oder so, dann war es auf jeden Fall eher der härtere. Weil Timo halt auch ein bisschen einen anderen Spielstil hat. Und ja, das waren sehr, sehr, sehr knappe Spiele gegen Timo. Die hätten auch vielleicht auch dann schon anders ausgehen können und dann für ihn halt, dass er gewinnt. Aber dann, ja, gut. Finale verloren. War verdient. Wie findest du das ES-11-Event hier in Duisburg? Auf jeden Fall mega coole Location. Hat mega Spaß gemacht, auf der Bühne zu spielen. Und ich komme gerne immer wieder hier hin. Ja, hoffentlich sehen wir dich ja auch nächstes Mal. So, ich habe jetzt Mo an meiner Seite, der auch gerade im Finale gegen Marvin gewonnen hat. Schilder uns mal das Spiel. Ja, also ich habe erst mal das Halbfinale schon sehr gut gespielt. Und dann war ich schon sehr gut in meinem Spiel drin. Und auch gegen Marvin im Finale konnte ich das erste Spiel souverän mit 4-1 gewinnen. Und auch das zweite mit 4-0. So, dass ich halt nur einen Unentschieden im dritten Spiel brauche. Ja, und da ging ich halt in Führung und habe kurz vor Schluss, glaube ich, das 1-1 kassiert. Aber ich wusste ja schon, dass es dann reicht. Weil Marv musste dann sieben Tore in zwei Spielen schießen. Und das ist eigentlich unter Profis nicht möglich. Beide Spiele, also beide Finals sehr dominierend. Das eine 6-0, also das Finale dann 7-1. Bist du Haushofer-Favorit, so gesagt, als FC Bayern im E-Sport? Also so würde ich das nicht nennen. Das ist schon halb Tagesform abhängig. Normaler spielt auch mein Finalgegner besser. Und das ist dann viel enger. Aber so gesehen in dem Modus, wo man mit Timo spielt, da würde ich schon sagen, dass ich der konstantste Spieler in Deutschland bin. Also im ganzen Jahr schon. Du hattest am Anfang leider im Finale das erste Tor kassiert. Dann kam Marvin aber immer noch heran an dich. Hat es dann eher Konzentration Probleme gegeben? Oder warum kam Marvin nochmal heran? Also Marv hatte ja kurz davor noch das Spiel gegen Timo. Und so musste ich mich erstmal wieder 1-2 Minuten an das Spiel gewinnen. Und das hat Marv gut ausgenutzt und das Tor gemacht. Aber dann glaube ich, das Erstspiel ging mit 13 zu 1 Schüsse für mich aus. Deshalb würde ich schon sagen, dass ich das Erstspiel dann... Ich bin gut aufgewacht und dann habe ich das Erstspiel schon gut gespielt. Ja, zum zweiten Mal bis jetzt hier bei der Meisterschaft. Einmal im Frühjahr, jetzt bei der Wintermeisterschaft. Wie findest du die Location bzw. hier die Gegend? Also im Frühjahr war das ja draußen. Und ich fand das sehr gut, weil da auch das Wetter mitgespielt hat. Und das Publikum ist auch sehr gut aufgebaut. Also die Location ist hier der Hammer. Und heute vor allem auch in der Halle wurde sehr gut aufgebaut. Ist auch das Klima sehr gut. Und ich finde es einfach... Ich fühle mich hier sehr wohl und habe auch hier beide Turniere gewonnen. Was ist dein nächstes Ziel? Weltmeisterschaft? Ja, auf jeden Fall. Also im Januar beginnt die Quali für die Weltmeisterschaft. Und da will ich mich auf jeden Fall qualifizieren. Und ich bin auch guter Dinge, dass es klappt. Ja, dann wünschen wir natürlich dir viel Glück. Vertrete das deutsche Land hervorragend. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Money läuft rasend. In meinem Burggraben schwimmen nur die Welt bei teuersten Kaukapfen. Und wegen meinen Oberklassen Luxus neu wagen. Muss ich architektonisch Garagenplätze neu planen. Was für roter Teppich, auf dem lauf ich nicht. Ich lass mich tragen von drei exotischen Damen. Jungs, ich glaube, wir sind Gamer. Im Real Life verpeilt, aber auf dem Server fit. Gott sei Dank sind wir Gamer. Wir brauchen keine Faustregeln, alles mit einem Klick. Wir sehen die Zeit an uns vorbeiziehen. Doch die Server sind leider noch online. Die Leute sagen, bitte verratet eure Tricks. Ganz einfach, scheiß doch alles, was du ansatzweise schaust. Wir sind Gamer, im Real Life verpeilt, aber auf dem Server fit. Gott sei Dank sind wir Gamer. Wir brauchen keine Faustregeln. 2016 hat viele gute Spiele hervorgebracht. Da hatten wir zum Beispiel The Division, Uncharted 4, Battlefield 1 und, und, und. Und deshalb haben wir ein kleines Ranking für euch zusammengestellt. Unsere Top 10 des Jahres 2016. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. LeBron can take ball handling responsibility off of LeBron's shoulders. Love rebounds, hits threes, and has good complementary skills. Chemistry, though, is more complicated. Sometimes LeBron has seemed critical of Love's play. Russell and Clarkson are the young backcourt pair. Dang out there with Moskov. And it's Ingram, and it's the three. That's who's in the game for the Lakers. The Lakers have only made two attempts, shooting poorly at the line in this one. Two shots. That free throw, no good. If you go back three seasons, the Cavs, they're the second youngest roster in the league. Two consecutive number one overall picks. And then fast forward to the present. This is a veteran-laden team with its sights squarely set. Marching. Marching. Check the wings. Come on, what are you going to do? Easy on the paintwork. Three, eight, one. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie lassen Ihnen wenig Zeit, Sie lassen Ihnen wenig Raum, weil Sie wissen, er trifft! Der perfekte Start in diesem zweiten Durchgang. Das ist das perfekte Timing, er stand nicht hinabseits. Das erste Tor ist gefallen, es steht 1 zu 0. Sie sind mit Schwung, mit Elan und mit einem Tor zurückgekommen aus der Kabine. Da geht er alleine. Castro, er steckt ihn durch. Gut gehalten. Der Ball, Freistoß für die Schalker. Jetzt vielleicht Obermiljanger mal. Das macht er gut. Schürrle. Und Tor. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Sie sind zurück in diesem Spiel. Ausgleich. 1 zu 1 wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Nastasic. Naldo jetzt. Ich war einmal Soldat, hab mit Waffen geschossen. Und ja, ich war auch mal ein Block, hab die Aussicht genossen. Damals war ich mal ein Held von der Spinne gebissen. Und ja, ich war auch mal ein Hacker, wird Chicago missen. Oh, yeah. Ich war damals mal ein Krieger, vielleicht Tank oder DD. Kann mich gar nicht gut erinnern, aber immer PvP. Ich war damals auch ein Glatzkopf, hatte Ziele gehabt. Und mit nem Barcode im Nacken meine Ziele gepackt. Ich war damals auch mal grün, aber immer nur vor Wut. Ich war auch ein Prototyp, überall war Blut. Ich war damals Polizist und habe Akten geschlossen. Und damals in der Bruderschaft um Ecken geschossen. Ich kam damals aus Sibirien und reiste in die Stadt. War zusammen mit meinem Cousin und keine Kohle mitgehabt. Ich war damals auch ein Gangster in der Santos, wo man friedlich mit der Waffe an der Tür klopft. Ich war einmal Soldat. Und ja, ich war auch mal ein Block, hab die Aussicht genossen. Damals war ich mal ein Held von der Spinne gebissen. Und ja, ich war auch mal ein Hacker, wird Chicago missen. Oh, yeah. Ich war damals mal ein Drache und ich rettete die Welt. Ich war damals nur ein Fahrer, meine Ziele waren Geld. Und auch damals auf ner Insel, wo ein Zombie dich zerreißt. Ey, das Spiel, das ist vorbei, wenn ein Zombie dich nur beißt. Damals flog ein kleiner Faden, ich war immer mittendrin. Die Erinnerung zu finden, egal wohin es nun ging. Ich war damals auch ein Hexer, habe vieles gesehen und musste auf meiner Reise über Leichen gehen. Ich war damals ganz alleine in der Dunkelheit. Immer nur Notizen gesammelt, bis man das Ende erreicht. Ich hab im Krieg viele Freunde verloren. Zum Glück alles nur ein Spiel, hier wird man neu geboren. Ich war einmal Soldat, hab mit Waffen geschossen. Und ja, ich war auch mal ein Block, hab die Aussicht... Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Äh, äh, von Piraten gemacht. Binden wir einen Weg zum Turm. Ja. Binden wir einen Weg zum Turm. Neben den Spielen gab es auch Hardware. Da hatte vor allem Sony viel zu tun mit der neuen Playstation 4, der Playstation 4 Pro und der Playstation VR. Aber auch Microsoft bot was Neues, die kleinere Xbox One S. Auch gab es 2016 viele Events. Wie gewohnt und wie jedes Jahr aufs neue die E3 in L.A. und natürlich auch in Köln, die Gamescom. Da wurden auch schon Titel des nächsten Jahres vorgestellt. Schauen wir uns einfach doch mal an, was denn so die Release-Liste sagt. Äh, aufgrund unserer Winterpause, die wir, äh, ja, nach dieser Sendung beginnen, zeigen wir euch diesmal drei Listen, Januar, Februar und März. Und wie es bei Morav Brauch ist, schauen wir uns auch ein paar Titel vorab an. Das erste Spiel auf unserer Liste ist Lego Worlds. Das Spiel ist ein Sandbox-Titel mit vielen Elementen und Motiven der beliebten Spielzeugmarke. Etwa die Minifiguren, die als Charaktere dienen. Vergleichbar mit Minecraft können Spieler eine generierte Welt frei erkunden und umgestalten. Nach dem Vorbild von Lego-Bausteinen lassen sich Stein auf Stein eigene Strukturen errichten. Aber auch das Terrain verändern. Als Fortbewegungsmittel kommen Bagger, Hubschrauber, Motorräder und Co. zum Einsatz. Wie man sie bereits aus verschiedenen Lego-Bausätzen kennt. Es lassen sich aber auch Pferde oder selbst Drachen reiten. Lego Worlds wird von TT Games entwickelt und erscheint über Warner Bros. am 24. Februar 2017 für PS4, Xbox One und PC. Auf dem PC läuft schon seit dem 1. Juni 2015 der Early Access. Das Spiel hält eine Altersfreigabe ab 6 Jahren. Eine einzigartige Vision. Und mit dem zusätzlichen Online-Multiplayer können Steffi und Markus jetzt online zusammenspielen, erforschen und bauen. Auch wenn sich ihre persönlichen Geschmäcker leicht voneinander unterscheiden, so arbeiten sie doch super zusammen. Meinungsverschiedenheiten führen oft zu Innovationen. Und wenn zwei kreative Genies wie Steffi und Markus online zusammenarbeiten, kann etwas Wunderbares passieren. Zwei Visionen, eine Welt. Willkommen bei Lego Worlds. Beim nächsten Titel wagt sich der bekannte Entwicklerstudio Guerilla Games auf neues Terrain. Horizon Zero Dawn. Es handelt sich um ein Open-World-post-apokalyptisches Spiel, in dem der Spieler als Heldin Aloy mit altertümlichen Waffen gegen Roboter-Dinos kämpft. Um das Gleichgewicht zwischen Menschen und Maschinen aufrecht zu erhalten. Man muss aber auch gegen Menschen oder normale Tiere kämpfen. Das Spiel erzählt in Nebenmissionen viele kleine, in sich abgeschlossene Geschichten. Wer also das gesamte Universum von Horizon begreifen will, sollte nicht nur die Hauptmissionen abhaken. Horizon Zero Dawn wird von Sony gepublished und erscheint am 1. März 2017 exklusiv für die PS4. Das Spiel hat noch kein USK-Rating erhalten. Sie ist no-one. Wenn sie mir gesagt haben, dich zu erwähnen, ich habe keine Fragen. Warum bin ich ein Outkast? Wer war meine Mutter? Sie sind immer immer für Antworten. Sie sich selbst zu der Bedeutung. Hier in der Valle, wir sind auskastisch. Aber es ist sicher. In der Valle, du bist verletzt. Du wirst nicht wissen, wo zu gehen. Oder wer zu vertrauen. Du wirst ein Rädel in eine Wilderung von Mysterien. The world of the old ones What secrets lie buried beneath their crumbling ruins Why earth is ours no more These questions Aloy the tribe has forbidden What if the answers are worse than not knowing You can help Or you can get out of my way Then be ready for the darkness And be careful What you bring to light Even if you do catch what you're after How do you know it won't light back Outcast You came from nothing You will die a nothing I came from somewhere Identity confirmed Even if it destroys me I will see this through Zu guter letzt kommen wir zu einem VR-Titel Star Trek Bridge Crew Bei diesem Spiel handelt es sich um ein interaktives VR-Erlebnis für vier Personen Die sollen das Kommando des Raumschiff-Egges im neuen Star Trek-Universum von J.J. Abrams übernehmen Dabei wird jedem Spieler eine Rolle zugeteilt Man kann Captain, taktischer Offizier, Ingenieur oder für das Brückenterminal zuständig sein und muss gemeinsam Story-Missionen und zufällig generierte Quests bewältigen Star Trek Bridge Crew kann auch allein gespielt werden, wobei der Spieler dann die Rolle des Captains übernimmt und die KI-Crew befehligt Star Trek Bridge Crew wird vom Red Storm Entertainment entwickelt Ubisoft wird das Spiel am 14. März 2017 für PSVR und PC veröffentlichen Das Spiel hält eine Altersfreigabe ab 6 Jahren Und wir gehen zu unserer Destination At Maximum Warp Bevor ich euch jetzt verabschiede noch ein paar Anmerkungen Die Webseite von Motteg Games geht am 24.12. offline für Wartungsarbeiten an den Servern, vor allem auch an unseren CMS Schaut so lange auf unsere Social Media Channels, da werden wir euch weiterhin informieren Eine weitere Anmerkung ist, dass unsere Redaktion Unterstützung sucht Wir suchen fleißige Redakteure, die sich mit Spielen und Gaming Hardware auskennen Wer also Lust auf die neuesten Spiele oder auf Events der Branche hat, sich journalistisch beschäftigen will und Lust auf Videos produzieren hat, kann sich gerne bei uns bewerben Er nimmt dafür die Infos aus dem unten angeführten Link, keine Angst, diese Seite wird während der Wartungsarbeiten online bleiben Das war es dann auch von mir und Morave in diesem Jahr Es war ein echt geiles Jahr Für mich und für die Redaktion Und ich freue mich, oder beziehungsweise wir freuen uns Voll auf das nächste Jahr, auf 2017 Auf die Spiele, was es zu bieten hat Die Hardware, die noch rauskommt Mal schauen, wie es mit Scorpio aussehen wird Und vor allem, worauf ich mich auch gefreut habe Ist, dass ihr fleißig eingeschaltet habt Hoffentlich hat euch diese Sendung gefallen Vielen Dank nochmal fürs Einschalten Und wie immer dürft ihr gerne in den Kommentaren Feedback zur Sendung oder zu den Spielen da lassen Ich verabschiede mich auch dann von euch Wünsche euch noch schöne Festtage Einen guten Rutsch ins neue Jahr Und ja, zur nächsten Folge, die dann Ende März sein wird Nach unserer Winterpause Aber da kriegt ihr auf jeden Fall Infos Social Media mäßig Einfach da mal reinschauen Da gibt es dann auf jeden Fall Infos Bis dahin wünsche ich euch was Und ja, ciao So, jetzt können wir ein bisschen Boden Und dass ich in CSGO besser ziele Weihnachtsmann Ich hab dir bei WhatsApp geschrieben Dass dich alle Gamer lieben Und ich hoffe, du liebst auch uns Ich wünsche mir ne neue Maus zum Zocken Energy Drink und schöne warme Socken